Bürgermeister, diese Woche, heute haben wir gelost. Wir haben heute aus 157 Architektenbüros, 15 bestimmt, und Frau Weller von der Grundschule in Lefern und Herr Herrmann von der Kita in Lefern, die freuen sich, und Frau Wäsche vom Büro Dresden-Husmann hat das wunderbar vorbereitet. Ja, und jetzt warten wir auf die gestalterischen Vorschläge für die neue Kita und den Rathausanbau. Und Ihnen wünschen wir noch eine schöne Woche.